Hallo zusammen, Larana, Coach Mark, wir machen euch etwas erzählen über mich. Wer bin ich? Wer bin ich? Ja, wir haben ein großes Vorfahren. Wir haben nächstes Jahr in der Bodybuilding-Klasse starten. Bis 90kg haben wir vor und jetzt haben wir 10 Monate Zeit mit Vorbereitung. Wir haben alles genau durchgeplant. Die Ernährung, das Training, nichts mit dem Zufall überlassen. Und wie war es jetzt? 2,90 und halb, würde ich gut schätzen. 2,90 und halb. Wir gehen hoch, wenn wir es... Würde ich sagen. Und er ist in sehr guter Form. Er hat sichtbares X-Pack, also wirklich das eigenes Leben. Mit der Überraschung. Wir haben wirklich geschaut, dass... ...lein, wie man so sagen... ...lein-Balking. Also wirklich super aufgebaut. Ohne... Durchflüssiges Fert. Dass wirklich... ...leine Moskermassen ist. Und... ...dann sind wir bei 96kg. ...dann sind wir ein ganz, ganz guter Werk. Wir wissen genau, was wir haben. Wir wissen genau, was wir haben. November... ...16... ...EGR... ...Train-Tain-Gym... ...Larana... ...seite gespannt. Jetzt geben wir Gas. Ja. ... alot reak, w Und dann... ... bald ins Wasser. Und dann. Das ist die Rana. Es ist die Rana. Das ist die Rana. Das ist die Rana.